Ich glaube, kurze Haare stehen mir einfach besser. Nein, nein. Aber wieso, Omi? Man kann ausrechnen, welche Haarlänge zu deiner Gesichtsform passt. Du meinst mit Taschenrechner? Nein, mit Maßband und zwei Stiften. Ohrläppchen anlegen. Zweitens beim Kinn. Wenn das im rechten Winkel ist, dann hier mit dem Finger markieren. Wenn diese Länge unter 5,5 cm ist, dann stehen euch kurze Haare besser. 7 cm, wie ihr seht. Das heißt, ich darf meine langen Haare behalten. Was kommt bei euch raus?